Naja, wir sind ja fast jeden Tag hier. Jeden Tag gehen wir an diesem Gang lang und naja, jeden Tag freut man sich auf den Tag, dass man endlich wieder durch diesen Gang hier durchgehen kann aufs Spielfeld. Wir haben jetzt das letzte Mal im November hier gespielt und sind natürlich alle heiß hier vor unserer Kulisse in unserem Stadion endlich wieder spielen zu können und das dann in so einem Spiel gegen Aachen. Naja, in so einem Spiel ist es immer so, dass mehr Emotionen mit bei sind, nicht nur bei den Zuschauern, sondern auch bei uns Spielern. Das merkt man, wie du schon gesagt hast, in den Zweikämpfen, man geht natürlich irgendwo noch ein bisschen mehr hin. Eigentlich ist es in jedem Spiel, geht man von Einsatz hin, aber da sind immer noch so 1-2 Prozentpunkte, die sonst irgendwie nicht dabei sind. Ja, so wie ich vorhin gesagt habe, das sind pure Emotionen und ich denke mal, da lebt jeder Fußballer von, jeder der mit Leidenschaft dabei ist, möchte dieses Gefühl haben, viele Zuschauer, Emotionen, Lautstärke und ja, das ist einfach nur geil, wenn man das mal so sagen kann. So Leute, kommt am 24.3. am Samstag zu uns ins Stadion, Westschlage gegen Aachen. Wir brauchen eure Unterstützung, wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen.